Aufstehen, wählen gehen! Hey, wir sind von den Jugendhäusern in Kehl und wir werden dir jetzt erklären, was dieses Jahr bei der Kommunalwahl alles so los ist und was du eigentlich damit zu tun hast. In diesem Video erklären wir dir, wie man den Ortschaftsrat, Gemeinderat und den Kreistag wählt und wie du deinen Stimmzettel richtig ausfüllst. Wer darf denn eigentlich wählen? Um wählen zu dürfen, musst du mindestens 16 Jahre alt und EU-Bürgerin oder EU-Bürger sein. Außerdem musst du seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde oder in dem Wahlkreis wohnen, in dem gewählt wird. Wer alles wählen darf, ist nun also klar. Aber wie genau läuft so eine Wahl ab? Ein paar Wochen vor der Wahl bekommst du einen Brief zugeschickt. In diesem Brief ist eine Nachricht, dass du wählen gehen darfst. Die Wahlbenachrichtigung. Die Wahlbenachrichtigung sagt dir auch, wo du wählen gehen kannst. Die Orte, an denen du deinen Stimmzettel abgeben kannst, werden Wahllokale genannt. Diese sind meistens in Sporthallen oder Rathäusern in deinem Ort. Am Wahltag hat das Wahllokal von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn du am Wahltag keine Zeit hast, kannst du deinen Stimmzettel auch per Post schicken. Das ist dann eine Briefwahl. Wie diese funktioniert, werden wir dir später noch erklären. Doch damit du überhaupt an der Wahl teilnehmen kannst, fehlt dir noch etwas ganz Wichtiges. Dein Stimmzettel. Der Stimmzettel wird dir ein paar Tage vor der Wahl in einem zweiten Brief per Post zugeschickt. Du kannst den Stimmzettel schon zu Hause durchlesen und auch ausfüllen, damit du ihn am Tag der Wahl nur noch abgeben musst. Auf den ersten Blick sieht er erstmal sehr kompliziert aus. Aber wir werden dir jetzt erklären, wie du den Stimmzettel ausfüllen musst, um einen Ortschaftsrat, Gemeinderat oder den Kreistag zu wählen. So wie hier wird der Stimmzettel aussehen, der dir zugeschickt wird. Wie du siehst, sind darauf verschiedene Tabellen der verschiedenen Parteien und Wählervereinigungen, die bei der Wahl mitmachen. Diese Tabellen werden Listen genannt. Auf den Listen stehen alle Kandidatinnen und Kandidaten der jeweiligen Partei oder Wählervereinigung, die zur Wahl stehen. Du hast mehrere Stimmen, die du abgeben kannst. Wie viele Stimmen du hast, hängt davon ab, wie viele Plätze verteilt werden. Im Gemeinderat in Kehl gibt es 26 Plätze. Das heißt, es können 26 Mitglieder gewählt werden und somit hast du 26 Stimmen, die du vergeben kannst. Wie viele Plätze es im Kreistag gibt, wird bei jeder Wahl neu berechnet. Im Jahr 2024 ist der Kreistag auf insgesamt 78 Sitze angestiegen. Diese werden auf die Wahlkreise aufgeteilt. Der Ortenau-Kreis ist in insgesamt 13 Wahlkreise unterteilt und jeder Wahlkreis bekommt eine bestimmte Anzahl an Plätzen, abhängig davon, wie viele Sitze der Kreistag insgesamt hat. Für den Wahlkreis Kehl können momentan sieben Kreisräte gewählt werden und somit hast du aktuell sieben Stimmen. Für die Wahl des Ortschaftsrates hast du weniger Stimmen, da es weniger Plätze zu vergeben gibt. Wie viele Plätze vergeben werden, ist von Ortschaft zu Ortschaft verschieden. Jetzt hast du drei verschiedene Möglichkeiten, deine Stimmen zu vergeben und das zeigen wir dir jetzt anhand des Beispiels des Kehler Gemeinderats. Du kannst alle 26 Stimmen einer Liste geben, indem du ein Kreuz neben den Namen der Partei oder Wählervereinigung setzt. Jeder Kandidat der Liste bekommt jetzt eine Stimme. Sind also nur 10 Personen auf der Liste, werden nur 10 deiner Stimmen vergeben. Diese Möglichkeit nennt man Listenkreuz. Möglichkeit Nummer 2. Wenn dir eine oder mehrere Personen der gleichen Liste besonders gut gefallen, kannst du jeder einzelnen Person bis zu drei Stimmen geben. Das machst du, indem du hinter den Namen der jeweiligen Person die Zahlen 1, 2 oder 3 schreibst. Je nachdem, wie viele Stimmen du dieser Person geben möchtest. Wenn du also einer oder mehreren Personen einer Liste deine Stimmen gibst, nennt man das Kumulieren. Aber Achtung! Achte darauf, dass du nicht mehr Stimmen vergibst, als du zur Verfügung hast. Sonst ist dein Stimmzettel ungültig. Möglichkeit Nummer 3. Du kannst deine Stimmen natürlich auch an Personen von verschiedenen Listen geben. Das nennt man dann Panaschieren. Also fassen wir nochmal zusammen. Ein Listenkreuz zu setzen, bedeutet, du gibst alle deine Stimmen an eine Liste. Kumulieren bedeutet, du gibst einer oder mehreren Personen derselben Liste bis zu drei Stimmen. Und Panaschieren bedeutet, du gibst mehreren Personen von unterschiedlichen Listen bis zu drei Stimmen. Bei der Wahl des Ortschaftsrats und des Kreistags ist es genauso wie bei der Wahl des Gemeinderats. Der einzige Unterschied ist, dass du eine andere Anzahl an Stimmen hast, die du vergeben kannst. Wenn du dir unsicher bist, wie viele Stimmen du vergeben darfst, kannst du dies auch auf dem jeweiligen Stimmzettel nachschauen. Wenn du zum Wahllokal gehst, musst du deinen Stimmzettel, deinen Personalausweis und die Wahlbenachrichtigung mitnehmen. Ach so funktioniert das also mit dem Stimmzettel. Aber wie geht denn nun die Briefwahl? Genau, jetzt kommen wir zur Briefwahl. Wenn du deine Stimmen per Briefwahl abgeben möchtest, musst du dich beim Rathaus melden. Dann wird dir alles, was du für die Briefwahl benötigst, per Post zugeschickt. Zu Hause kannst du den Stimmzettel dann ganz gemütlich ausfüllen, in den roten Umschlag stecken und diesen Zug leben. Nun musst du nur noch auf dem Wahlschein unterschreiben, um zu versichern, dass der Stimmzettel von dir selbst ausgefüllt wurde und nicht von einer anderen Person. Den unterschriebenen Wahlschein und den roten Umschlag mit dem Stimmzettel steckst du jetzt in den gelben Wahlumschlag. Jetzt musst du den Brief nur noch per Post verschicken und hast somit deine Stimme abgegeben. Übrigens, den Brief kannst du einfach ohne Briefmarke in den Briefkasten oder beim Rathaus einwerfen. Wichtig ist nur, dass dein Brief am Wahltag vor 18 Uhr ankommt, damit deine Stimme gezählt wird. Du Moment bist, was du nicht bislangst, damit deine Stimme ganz gemütlichd that die Stimme ganz gemütlich aus? Das heißt, sprichst du jetzt.